Die Bulgarin Baba Vanga ist bereits 1996, also vor 25 Jahren, im Alter von 85 Jahren verstorben. Baba Vanga, auch Nostradamus des Balkans genannt, gilt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und ist als lebende Heilige verehrt worden. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben. Baba Vanga soll vor ihrem Tod 1996 viele Ereignisse vorhergesagt haben, die dann tatsächlich eingetreten sind. Für 2022 sagt die blinde Wahrsagerin mehrere Katastrophen voraus. So sollen Forscher in Sibirien ein bisher gefrorenes Virus entdecken, das in Folge zu einer neuen Pandemie führen wird. Den Prophezeiungen zufolge soll es 2022 in mehreren Großstädten zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung kommen. Baba Vanga sieht dies als Folge des Klimawandels, sagt aber nicht, welche Gegenden konkret betroffen sind. Besonders hart soll es im neuen Jahr Indien treffen. Der Subkontinent wird von einer noch nie dagewesenen Hitzewelle getroffen. Die extreme Hitze führt in Folge zur Ernteausfall, Hunger und Massensterben. Doch es gibt einen Lichtblick. Baba Vangas Vorhersagen sind auch in der Vergangenheit nicht alle eingetroffen, denn in ihren Visionen nahm der Bevölkerungsrückgang in Europa schon 2016 seinen Anfang als Folge des Dritten Weltkrieges. Dieser hätte laut einer der Bulgarien zugeschriebenen Prophezeiungen bereits im Jahr 2010 ausbrechen sollen. dass er die Milen 같이 gut an crianелен getting.